Zwischen der SEW EuroDrive und der Audi AG besteht eine langjährige erfolgreiche Partnerschaft als Systemlieferant innovativer Maxolution Lösungen für die mobile Fördertechnik. Musik Die größte Herausforderung in diesem Projekt war es, 140 Schwenkgehänge mit hohen Lasten in einem kompakten Layout unterzubringen. Musik Hier lag die Lösung in unseren neuen Schwerlast-Schwenkgehängen der Firma Rofa. Mit unserer zwangsgeführten Teleskopierung erhalten wir dafür die notwendige Stabilität. Um die geforderte Variantenvielfalt der Anlage abdecken zu können, wurden stufenlos verstellbare Gehängeaufnahmen eingesetzt. Zudem konnten wir mit Hilfe der modernen Antriebstechnik auch ein sicheres Schwenken der Nutzlast von bis zu 3 Tonnen um 70 Grad auf beiden Seiten realisieren. Musik Und mit diesen großen Gehängen dann auch schnelle Taktwechselzeiten in der Hochzeit bei ausgefahrenem Scherenhut zu realisieren. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.